Unsere Kunden sind uns treu. Da freuen wir uns drüber, das macht uns stolz. Das ist wirklich eine ganz tolle Bestätigung unserer Arbeit. Ich bin seit über 30 Jahren Exklusivpartner der R&V in Hannover. Mein Büro liegt in der Nähe des Maschsees und von hier aus betreuen wir sowohl unsere Firmenkunden als auch unsere Privatkunden. Hier haben wir uns spezialisiert auf das Thema Beamtenversorgung. Wir beraten unsere Kunden vor Ort natürlich, zu Hause oder in der Firma. Hier bei uns in der Agentur und natürlich auch digital und sind somit bundesweiter Ansprechpartner für unsere Kunden. Wir begleiten unsere Kunden in die zweite Generation, teilweise sogar schon in die dritte Generation hinein. Da freuen wir uns auch drüber und sind auch ein kleines bisschen stolz drauf. Aus welchem Grund bleiben die Kunden denn so lange treu? Wir sind bei euch, weil ihr auf die jeweilige Situation Lösungen anbietet, die wir verstehen und die wir auch gut finden. Wir sind bei euch, weil ihr in der Agentur im Team gut ausgebildete Fachleute habt. Und die schönste Antwort ganz ehrlich für mich, ihr seid mit Herzblut dabei. Das heißt, wenn man euch braucht, dann seid ihr auch da. Wir sind bei euch, was derart und macht es uner den bonen Weg. Wir sind bei euch, wer auch derart und worren. Wir sind bei euch, wer auch derart und deutschland. Wir sind bei euch, wer auch derart und freue Gün zu leben. Vielen Dank.